Lieber Stefan, ich freue mich total, dass wir hier zusammensitzen können zur Frage, wie wir in unsere Kraft kommen und ich finde es total spannend, dass du ja mit der gelben Schule unterwegs bist, was eigentlich viel mehr ist wie Schule. Du hast gestern gesagt sogar fast Lebensschule, weil es total schön findet, weil gelb ist auch die Sonne und ich finde die Sonne, wenn wir strahlen in unserem eigenen Selbst, passt es total, dass es gelbe Schule heißt. Und der wäre jetzt an dich die Frage, wie können wir in unsere Kraft kommen? Aus deiner Erfahrung, aus deiner Expertise, welche Möglichkeiten gibt es da? Also meiner vielen Dank, liebe Sabine, für die Einladung, dass ich hier mit dir sprechen darf, über das Thema, wie kommst du in deine Kraft? Und gelbe Schule, das Wort gelb, also das gelb ist verbunden mit dem Selbst. Julius Kuhl, der die PSI-Theorie entwickelt hat, der wesentlicher Bestandteil von gelbe Schule ist, gibt einzelne Stimmungen, Farben und Gelb ist so der Zugang zu sich selbst. Und wie man in seine Kraft kommt, finde ich ganz wichtig, dass man erstmal bei sich selbst ist und bei sich selbst, man muss sich selber spüren. Weil ich habe mir das ja überlegt, auch so, ja wie ist das, wie kommt man denn in seine Kraft? Und für mich gibt es da ja Unterschiede in der Kraft. Es gibt ja die, ich habe ja auch eine eigene Kraft, die zerstörerisch sein kann. Also das ist ja dann auch meine Kraft und vielleicht will ich gar nicht in diese Kraft kommen. Und manchmal kann man so schnell in diese Kraft, in dem ja, ich muss ja nicht körperlich zerstören, ich kann ja mit Worten zerstören. Oder ich komme in eine Kraft, die lebensfördernd ist, die unterstützend ist. Ja, Gelb aus mir selbst kommt. Und da kommt dann nur diese Kraft raus, die fördernde Kraft, die unterstützende Kraft, weil die aus mir kommt, aus meinem Selbst. Das ist die gelbe Kraft. Und da brauche ich Verbindungen zu mir selber. Und da kommt die zweite Theorie, mit der die gelbe Schule arbeitet, im Spiel, nämlich die Polyvagal Theorie von von Stephen Porges, wo es um sichere persönliche Verbindungen geht. Und mein, mein, unser Nervensystem, das aufgeteilt ist in das Sympathische und das Parasympathische System. Und da drin im Parasympathischen der Nervus Vagus. Das Hauptstrang und Porges sagt immer, es gibt zwei. Nervus Vagi, ja, Polyvagal. So und der Vordere, der, der neuere, der, der ventrale, Nervus Vagus steuert eben deine Gesichtsmuskulatur, steuert deine Sprache, steuert dein Hören und und endet so im Herz und sorgt für Gelassenheit. Und deswegen sieht man, wenn man sicher ist, man sieht, wenn man mit sich selbst verbunden ist, dass es sichtbar am Gesicht. Und wenn ich mit mir selbst verbunden bin und mich selber spüre, weil ich in Sicherheit bin, weil mein Nervensystem feststellt, ja, innen und außen, über die Sinne, es ist alles sicher, dann bin ich bei mir und dann bin in meiner Kraft. Dann kann ich das nutzen, alles, was in mir wohnt, sage ich mal, also alles, was in mir wohnt, kann ich nutzen und so tätig sein oder so weitergeben, wie ich das gerne haben möchte. Und zum Beispiel eben, wie es bei Porges wichtig ist, jemanden anderen zu korregulieren, dass ich selber nicht regulieren kann. Also wenn ich, wenn ich merke, oh, da ist jetzt irgendwas, deswegen in der Schule, ja, da stimmt jetzt irgendwas, irgendwas ist passiert, dann sollte ich ja den anderen vielleicht Korregulation anbieten können. Dazu muss ich in meiner Kraft sein, bei mir selber sein. Wenn ich jetzt habe, und das ist die andere Seite dieser Kraft, von der ich spreche, wenn jetzt aber der Sympathikus anspringt, weil ich merke, oh, es ist gefährlich, um mich rum und vor allem auch in mir drin, weil irgendwas nicht stimmt, weil ich irgendeinen Effekt habe, irgendwas hat, dann sorgt der Sympathikus dafür, dass ich mehr, also ich muss mehr atmen und ich schaue dann auch so aus. Ich schaue dann auch aus wie unter Gefahr, ja, weil die Steuerung der Sympathikus übernimmt, von meinem Gesicht, auch von meiner Stimme, ich klinge auch so, und dann richte ich mir auf. Ja, ich brauche einen Muskel, ich muss ja angreifen oder weglaufen können, und dann bin ich, wenn ich weglaufen kann, vor was fliehen kann, geht es vielleicht, aber wenn ich angreife, die ganze Zeit, dann ist das diese Art Kraft, von der ich vorhin gesprochen habe, die vielleicht nicht so praktisch ist, als Verteidigung sicher, eine gute Idee, aber sie ist nicht schöpferisch. Also es sind so für mich diese beiden Unterschiede, die es da so gibt, und komplett abgetrennt werde ich von meiner Kraft, wenn der Dorsal, der alten, Anführungszeichen, Walgus kommt, dann gehe ich in die Immobilität. Und dann bin ich ja, und weißt du vielleicht selber, wenn man mal richtig in Trauer ist, oder mal runter, dann kann man sich gar nicht mehr bewegen, dann ist alles gleich, und dann bin ich ja raus aus meiner Kraft, und das ist so. Ja, genau, ich glaube, das kennen wir alle mal, mehr oder mitte stark. Die spannende Frage ist, wie kommen wir da wieder raus? Wie kommen wir wieder rein in unsere Kraft? Genau, also rauskommen aus dem Ganzen, gibt es unterschiedliche Regulationsmöglichkeiten, so der Königsweg mehr oder weniger, wo es aber cool in der PSI-Theorie drüber geht, ist die Regulation von diesem Sympathikus-Zustand wieder, also von der Angst, von der Unsicherheit wieder in die Sicherheit zu kommen. Also sie selber regulieren. Und der schnellste Weg, den ich jetzt so kenne, ist über Atemtechnik. Und dadurch, dass der Sympathikus ja, Muskeln brauchen, Kraft brauchen, Energie brauchen, viel Luft, ist die Möglichkeit, einfach auszuatmen. Irgendeine Atemtechnik zu nehmen, die viel ausatmet. Und da gibt es ja sehr, sehr viele und einfach eine Technik, wo man viel ausatmet. Gerade in der Schule, wenn es Kinder gibt, wo irgendwas passiert ist, sage ich mal, zu den Lehrkräften oder zu den Erzieherinnen in Kitas, dann nehmt ihr Kinder, der jetzt gemeinsam ausatmet, so wirklich bis nichts mehr drin ist. Dann hat der Sympathikus keine Kraft mehr, weil es viel zu wenig Sauerstoff ist, viel zu wenig. Und dann beruhige ich mich. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist Singen, Musik, Summen. Ja, machen ja die Mütter, wenn es Kinder korregulieren, einfach Summen oder singen, das ist eine Möglichkeit. Und dann vor allem den Körpernutzen. Embodiment ist eine Geschichte, und das kennt man von den Tieren, dass die zittern. Wenn irgendwie was passiert ist, einfach sich abschütteln oder zittern, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, also dass man den Körper nutzt. Das sind so die Möglichkeiten, um aus dieser Angst, aus dieser Unsicherheit wieder rauszukommen. Sichtbare Dinge ist immer die Frage, kann ich das tun? Sitze ich irgendwo und bin jetzt aufgeregt und kann jetzt nicht schütteln? Atmen ist immer großartig, weil man das nicht sieht. Ich kann da sitzen und ausatmen. Und wenn man merkt, wie lange ich ausatme, das ist schon praktisch auf der einen Seite. Oder direkte Regulation. Aber die braucht natürlich auch irgendeine Technik dahinter. Genau so kommt man wieder raus. Ich kann aber auch beides nutzen. Also ich kann diese Kraft und diese Energie und diesen Antrieb des Sympathikus nutzen außer Sicherheit raus. Im Spiel zum Beispiel. Wenn du Eishockey kennst, also da gibt es Regeln. Und dann machen die richtig Dampf gegeneinander. Und es gibt Schüttrichter, die halten die Regeln ein. Die schauen, dass die Regeln eingehalten haben. Aber es gibt Regelwerk dahinter. Und wehe, es funktioniert nicht. Dann gibt es so schnell mal eine Schlägerei, weil jemanden einen Sympathikus gibt. Und du kannst nichts machen, wenn der läuft. Dann gibt es eben diese Schlägerei. Und dann muss ich wieder schauen, wie kann ich diese Menschen beruhigen. Und deswegen ist das in der Schule das Spiel so wichtig. Miteinander gegeneinander spielen im Spiel. Und die Lehrkraft ja die Regeln hält. Und auf der anderen Seite dieses runtergefahren, diese Immobilität haben wir auch. Und die Kinder sitzen permanent. Nachliegen, eigentlich das schwierigste für Menschen draußen in der Wildnis. Liegen geht gar nicht. Also sitzen ist schwer. Aber die Mobilität zu halten über die Sicherheit. Dann ist der Körper genauso eingespielt, dass man merkt, okay, ich bin da sicher. Ich kann hier sitzen, weil ich habe vor einer Lehrkraft, die für Sicherheit, für sichere, persönliche Verbindungen sorgt. Und dann kann ich hier sitzen und in Ruhe lernen, weil es passiert mir nichts. Das so kann man diese Systeme nutzen aus der Sicherheit. Deswegen ist wieder gelb der Zugang zu dir selber und zu deiner eigenen Kraft so entscheidend für das ganze System. Ja. 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 Ich bin gerade im Überlegen. Ja, ich finde es mit der sicheren Verbindung fand ich so spannend, dass du das gesagt hast, dass meine sichere Verbindung zu sich selber kommt. Über diese Regulationsmöglichkeiten. Was magst du jetzt, wenn jemand diese Regulationsmöglichkeiten in dem Fall nicht zur Verfügung stehen? Dann gibt es eben diese Möglichkeit, was ich vorher gesagt habe, das Angebot der Ko-Regulation zu machen. Wenn ich spüre und ich merke, oh da stimmt was nicht. Dann kann ich die Ko-Regulation anbieten und dann halt sagen, ist was, also ich gehe in Kontakt mit dir und zwar wieder auf meine Art und Weise, idealerweise nicht auf eine Gelernte. Dass man sagt, oh da ist jetzt was und da habe ich gelernt so und so und so und das und das und das. Also Methoden sind da schwierig, weil da wirst du nicht ernst genommen, sondern es geht wirklich darum zu spüren, da stimmt jetzt was nicht mit dir. Egal in welche Richtung du gehst. Du bist jetzt aufgeregt, es ärgert dich was, du bist ein Sympathikusmodus oder du bist runtergefahren. Habe ich in Schulen ganz oft, wo Migrationskinder da ist, die aus Kriegsgebieten kommen, die Traumatisierung dabei haben, die ganz schnell einfach nur rumsitzen und auch nicht beteiligt sind, weil da halt irgendwas passiert ist oder weil die Trigger da sind, wo irgendwas passiert. Und dann zu sagen, okay, ich kann dich ko-Regulieren, ich biete dir das an, ob du es nimmst, das ist eine andere Geschichte, aber ich kann das anbieten und das geht wieder nur aus mir und deswegen bin ich selber immer der Erste. Gelbe Schule sagt ja, aus einer sicheren, persönlichen Verbindung heraus, Menschen als Persönlichkeit achten und bei ihrer Identitätsbildung begleiten. Das ist ja die Idee von Gelbe Schule, eine Haltung. Heißt aber vorher, ich muss mich selber als Persönlichkeit achten. Und wenn ich das nicht kann oder nicht tue, dann ist das schwierig. Also es ist immer wichtig, ich sage auch öfters, sich selber mal einordnen zu schauen, bevor ich in eine Klasse reingehe, wie schaue ich denn eigentlich gerade aus? Weil ich habe gesagt, Sympathikus und Logos sind ja sichtbar. Also wie schaue ich denn eigentlich gerade aus? Und es gibt mittlerweile mehrere Schulen, wo wir große Spiegeln hingemacht haben und die Lehrerzimmertür, dass bevor die Lehrer rausgehen, dass die schauen, wie schaue ich denn aus? Dass ich wirklich sehe, was ist denn eigentlich meine Haltung, wie schaue ich denn aus? Weil, wenn was nicht stimmt, weil irgendein Ärger im Lehrerzimmer war, kann ja auch sein, weil irgendwas war, dass es mir auf dem Weg von Lehrerzimmer in meinen Klassenraum, dass ich den Weg nutzen kann, um mich zu regulieren. Und was ich ganz interessant finde, es gibt Schulen, und das habe ich schon öfter gehört, wo die Lehrkräfte von der Klasse reguliert werden. Also die gehen in ihre Klasse, das vergiss ich nie, wo wir da beieinander gesetzt sind, eine Lehrerin hat gesagt, so, und hat sich total aufgeregt, weil irgendwas war und hat gesagt, so, und jetzt gehe ich in meine Klasse. Und da kannte ich wieder und da war die reguliert. Also die Klasse hat die Lehrkraft reguliert, weil die kennen ihre Lehrkraft, und wir sind alle gut miteinander verbunden. Das geht natürlich nur, wenn eine ganz gute Verbindung da ist. Aber das finde ich erstaunlich, dass es auch so rumgeht, dass man merkt, okay, die bieten wir jetzt keine Regulation haben, ich kann es nehmen und dann gehe ich raus und sage, super, gibt es das schöne Beispiel, wo wir zusammengestanden sind in einer Aula und eine Lehrkraft hat sich furchtbar beschwert, weil draußen irgendwas gar nicht schönes passiert ist, hat sich furchtbar nur geschimpft und nur geschimpft und dann kommt von oben eine Mädel runter, eine Vierklässerin und sagt, grüß Gott, Frau Bauer, und die schaut raus und sagt, ja, mein Sonnenschein. Und weg war der Ärger. Also Ko-Regulation durch sein, das ist was, das hat mich fasziniert. Da muss ich gar nichts tun, einmal nur eine Verbindung, eine sichere, persönliche Verbindung herstellen. Das war interessant, wie man dann doch anderen Menschen helfen kann, ja, zu einer Frage wieder in die eigene Kraft zu kommen. Und dann bin ich wieder mit mir verbunden und dann bin ich wieder in meinem Gelb und dann kann ich wieder selber so durchs Leben gehen. Ja, das, was ich spannend finde, so aus eigener Erfahrung, wenn ich in einer sicheren Verbindung mit mir bin und gefühlt in meiner Kraft bin, dann spüre ich das, dass ich dort bin. Ich finde nur das Trickige ist, wenn du gerade rausgeflogen bist, den Anfang kriegst du manchmal, nehme ich gar nicht mit. Und daher finde ich es total spannend, dass du sagst, im Prinzip, im Kern kommt es ja darauf an, dass du es schaffst, möglichst viel in einem authentischen Ausdruck bei dir selbst zu sein. Als Persönlichkeitsentwicklung, wo du sagst, man soll bei sich selbst anfangen. Und gleichzeitig ist das natürlich die größte Herausforderung, sag ich mal, wo wir fast ein Leben lang daran beschäftigt sind, weil immer wieder Trigger kommen oder Situationen kommen, die uns eben herausfordern, wo wir es vielleicht noch nicht schaffen. Und es darum geht dann zu lernen oder diese Situation als Lernmöglichkeit zu erkennen. Also ich nutze dazu Persönlichkeits-Tests, die Julius Kuhl entwickelt hat, für diese PSE-Theorie. Und es gibt insgesamt elf Tests und ich nutze vier davon, reine Ressourcentests und einer davon zeigt das Unbewusste. Weil das geht über Umrissbilder-Geschichten. Du kennst das ja, der zeigt das Unbewusste und er zeigt dir vor allem, wo so ein frustriertes Moment, also wo so ein Trigger versteckt. Ja, unbewusste Trigger. Und das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis dann, dass ich sehe, okay, wenn es in diese Richtung geht, bin ich gefährdet. Aus meinem Gelb zu kommen, bin ich gefährdet, da rauszufallen. Dann habe ich schon mal einen groben Überblick, ich sehe schon mal, okay, wenn das was mit Beziehungen zu tun hat und mit, jetzt bin ich gerade alleingelassen worden und ich habe Angst davor, unbewusst, ohne dass ich es weiß. Und jetzt mal, wenn da so etwas passiert, dann schmeißt du mir das nicht und dann fällt es aus mir selber raus und komme in diesen Modus, je nachdem, ob es sympathisch ist oder Gleilerstörung. Das ist halt wesentlich, um das mal zu sehen, weil es sehr, sehr schnell weiterhilft. Ansonsten kann man, da gebe ich dir voll recht, das ist eine Lebensaufgabe, bis man alle seine Trigger kennt. Die andere Seite ist noch, wenn du nur bei dir bist und nur gelassen bist, passiert halt auch nichts mehr. Also bist du, sitzt du rum, bist der gelassenste Mensch aller Zeiten und es passiert halt auch nichts mehr. Weil, ist ja okay, ist ja alles okay so. Deswegen ist es, glaube ich, auch immer wieder entscheidend, wieder etwas Neues zu lernen, umso auf dem Weg. Weil die Persönlichkeitsentwicklung ist ja, aus der Unsicherheit, dem cool die Farbe Blau gibt, wieder zurück ins Gelb zu kommen und zu wachsen. Von diesem Weg aus der Unsicherheit in die Sicherheit zu kommen. Und dann merkst du selber, ja, aus dieser alte Spruche, als Fehler wird man klug, ja, aus Fehler wächst man halt. Und wenn ich nicht mehr in den Fehler gehe, und das ist etwas, was ich viel sehe in meiner Arbeit, dass Menschen nicht mehr mit Misserfolg umgehen können, weil sie es halt einfach nicht gelernt haben. Das muss man ja lernen. Und dann, dann habe ich ganz viele, weil ich habe so Berufsorientierungsprojekte, das heißt, mach, was du kannst. Das mache ich mit 14, also ab 14 Jahren gehen wir die vorletzte Klasse an den Schulen. Und die machen auch diese Persönlichkeitstest nur in kurz. Und da ist eine dieser Ausbringungen, ist eben, wie schaut es denn aus, wenn Misserfolg war? Wie gehst du damit um? Und da habe ich jetzt bei den vielen Kindern mit über 2000, da habe ich schon gesprochen, weil ich habe ein Gespräch, da sind wir bei knapp 96 Prozent, die einen schwachen Umgang haben mit Misserfolg. Sprich, wenn da was passiert, dann kommen die entweder nicht mehr raus, und zwar wirklich bis zu drei Monate nicht mehr raus, oder sie gehen gar nicht rein. Weil die sagen, ach, nein, das schaue ich mir gar nicht an, und dann habe ich auch kein Wachstum mehr. Und wenn ich mit Misserfolg nicht umgehen kann, dann kann ich auch keine Verantwortung tragen, weil das könnte ja schief gehen. Deswegen ist das in der Berufsorientierung so schwierig, dass die sagen, oh, puh, wenn ich es immer nicht sagen, lieber Herr Schmid, wenn ich es immer nicht sagen, was ich werde, dann sage ich, ja, das wäre schön, weil wenn es dann nicht funktioniert, dann weiß ich. Also ich kann ganz schwer umgehen mit Misserfolg. Und auf der anderen Seite bin ich dann natürlich auch nicht mehr belastbar. Weil das könnte ja alles schief gehen. Also bin ich ganz, ganz vorsichtig in dem, was ich tue, und das ist ganz schwer. Und der Umgang mit Misserfolg kommt aus der Beruhigung von sich selber. Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben, aus der Angst in die Sicherheit selbst. Beruhigung in den Worten von Kuhl, und das muss man lernen. Das kennt jeder von sich selber. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie gibt es da ein Allheilmittel zum Lernen, den Umgang mit Misserfolg? Ja, idealerweise zu Hause, also dass dir gezeigt wird, wenn da was passiert, ja, wenn Kinder es laufen lernen, du fällst da so oft hin, als Erwachsener würde man das nie mehr tun, weil du fällst so oft hin, dass du sagst, da bin ich nicht blöd, dass ich das... Und dann immer wieder, wenn das passiert, diese Beruhigung, du hast selber Kinder, du weißt, wie oft du das machen möchtest und wie das immer weniger wird. Weil sie sich dann selbst beruhigen können. Und sie lernen das. Ich merke, in den Haus hat das die Mama gemacht, und so würde sie das jetzt tun, mache ich das selber. Also Selbstberuhigung, aber ich muss Beruhigung gezeigt kriegen. Wenn das nicht passiert, dann kann es mir als Erwachsener lernen, aber viel, viel schwieriger. Also das ist die eine Komponente, die Beruhigung. Die andere Komponente ist praktisch, sich selber motivieren zu können. Also aus seinen Plänen, es gibt diese große Aufschieberitis, Prokrastination, Pläne, 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 und ich kriege es nicht mehr umgesetzt. Also ich kann nicht mehr, weil auch da könnte ja was passieren. Es könnte ja schief gehen. Also las ich es lieber, aber ich möchte ja was tun, also plane viel mehr. Und da wird es immer größer und immer größer und ich bringe es nicht mehr auf die Straße, weil ich Angst davor habe, dass was passiert. Und eine Gesellschaft zu haben und Institutionen zu haben, die Scheitern ermöglichen, und wo das auch okay ist, das ist eigentlich so eine Aufgabe, die wir haben. Weil man redet nicht mehr davon, dass man es braucht, aber das Scheitern, ja, wenn einer in der Schule durchfällt, ja, ist schwierig. Es ist nicht einfach, fängt ja, also ich finde, es fängt ja schon beim Kochen oder beim Backen zu Hause an. Da möchte man ja eigentlich auch nicht scheitern oder keine Misserfolgs-Erlebnisse haben, weil man ja Kochen oder Backen beim Kuchen das Essen danach genießen möchte. Und ich finde da, selbst da ist es schon eine Herausforderung, sag ich mal, entweder mit sich selber was auszuprobieren, was Neues, für manche, für manche nicht. Aber ich finde es auch eine Herausforderung, Kinder dabei zu begleiten. Wobei das ja dann eine einfache Möglichkeit zum Beispiel wäre, sie einfach mal ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Nur ich glaube, dafür muss man diese Zielerreichung aufgeben. Oder die Erwartung, dass was Bestimmtes rauskommt. Oder eine Erwartung als Ergebnis. Ja, das ist das. Also wie hoch setze ich mir das? Also eben auch bei Kindern, wenn die immer gleich alles perfekt können sollen, geht nicht. Du musst immer das irgendwie ausprobieren. Übung macht den Meister. Es gibt ja so viele diese Sprüche, die mich immer aufgeregt haben. Weil ich jung war, jetzt habe ich die gleichgespräche, bei meinen drei Mädels ja genau das Gleiche. Aber im Endeffekt, so wissen auch kein, es kann scheitern. Und was ist das, was ich gesagt habe? Haben wir wirklich diese Fehlerkultur in dieser Gesellschaft schon in der Familie? Oder ist das nicht okay? Also wenn du einfach was kochst und sagst, oh, heutz. Also das gibt es ja selbst einmal, dass man was versalzt. Weil das gibt es halt einfach mal. Und wenn man das kommuniziert und so, dann kann man auch, und dann ist die Frage, wie gehst du auch schon selber damit um? Ja. Also wenn du dir sagst, oh, ist mir halt passiert, haben wir nicht, müssen wir halt Brot essen, weil es hat nicht funktioniert. Und du gehst so damit um, wieder ausgelb. Oder du kommst in die Angst und sagst, oh, ich habe nicht funktioniert. Dann hast du aber, und dann sind wir bei diesen Tests, dann hast du sowieso irgendeinen Schräger, irgendwas drauf. Auf Leistung, dass du nicht, oh, dass du da nicht hingehen kannst, du eine Angst vor Misserfolg, und es darf sowieso nichts passieren. Da geht ja das im Endeffekt schon los. Und dann zieht sich das ganz weit runter, bis in die Familie hinein. Und das ist eigentlich schon eine Aufgabe von uns, diese Fehlertoleranz nicht nur zu sagen, sondern auch zu haben. Und nicht zu sagen, ja, war schon okay, aber innen drin, denke ich mir, was bist denn du für einer, du kannst nicht einmal kochen. Also das auch wirklich zu haben, sondern zu sagen, mei, es ist halt jetzt schiefgegangen. Aber eben nicht nur. Man kann was draus lernen. Genau, das finde ich immer mittlerweile so spannend, die Frage, welches Geschenk liegt jetzt in dieser Situation? Genau. Wo habe ich vielleicht nicht aufgepasst? Wo geht es darum, das Nächstes mal anders zu machen? Und das ist ja, jetzt sage ich mal, beim Kochen ist es ja ganz easy. Aber es gibt ja andere Situationen, wo es vielleicht viel trickier ist, draufzukommen, was es war. Aber oft liegen ja wirklich große Geschenke auch in einem vermeintlichen Fehler. Genau, deswegen ist es wichtig, eben Umgang mit Misserfolg zu haben, zu schauen, okay, es ist jetzt daneben gegangen. So bei meinem Kochen, jetzt schaue ich mir, ah, da, okay, da habe ich nicht aufpasst, das weiß ich auch. Steht der Salz steht ja noch da. Aber bei anderen Dingen, dass ich einfach wirklich den Misserfolg nehme und mir mal anschaue, wo ist denn das losgegangen? Wo bin ich falsch abgenommen? Wo war die Entscheidung nicht richtig? Da hinzuschauen, aber das muss ich können. Und das kann ich wieder nur, wenn ich selber mit mir in Sicherheit bin. Mir diese Zeit zu nehmen, zu merken, okay, ich bin sicher, es geht alles, ich bin mit mir verbunden und jetzt schaue ich mir das mal an. Und jetzt geht natürlich noch mal eins leichter mit einem Zweiten. Mit einem Partner, mit einer Partnerin zu sagen, da schauen wir das mal an, was war denn eigentlich? Soll man das auch mit den Kindern macht? Wenn da was schiefgelaufen ist oder die einfach mal schlechte Note bringen, dass man sagt, was war denn jetzt eigentlich? Wo war es denn? Oder ich kann natürlich auch gleich draufhauen. Oder, und das finde ich noch viel, viel schlimmer, das ist oft das, was ich viel öfter erlebe, es interessiert mich nicht. Dass sie Eltern gar nicht interessieren für das, was Kinder machen. Weil ich sage, ich kann ja eh nichts, für das ist die Schule zuständig. Erlebe ich leider viel zu oft, dass die Kinder ausgelassen, also losgelassen sind von zu Hause. Und wie willst du dann was machen? Und wie willst du weiterkommen? Und da ist es halt enorm wichtig, sich das gemeinsam anzuschauen, zu sagen, du, jetzt sitzen wir uns mal her. Aber wieder dann, als wenn du spürst, dass dein Kind da in der Lage ist, in dieser Situation ist. Und nicht zu sagen, so, jetzt sitzt du mal her und der ist noch völlig aufgelöst. Weil was, was immer passiert ist, erst mal warten, erst mal schauen, wann passt das. Und dann das gemeinsam zu machen, zu schauen, nur so, kann ich dieses Geschenk, was du gerade sagst, ja, nutzen. Da kann ich es auspacken und sagen, oh ja, ich hätte so machen sollen. Ja, ich hätte so machen sollen. Und sobald dann aber die Moralisierung kommt und sagt, habe ich dir gleich gesagt, wenn du, dann ist es wieder... Dann ist es auch kein Geschenk mehr. Dann ist es kein Geschenk mehr, sondern dann ist wieder Druck drauf. Und das erleben leider auch viele, dass das so passiert. Und gerade in der Arbeitswelt ist das ganz oft so. Und dann geht es eben, haben die Leute keine Lust mehr, oder keine Möglichkeit mehr in Führung zu gehen. Eine Führung zu machen, wenn ich nicht mit Misserfolg umgehen kann. Weil ich keine Verantwortung tragen kann, kann ich auch nicht führen. Und jetzt haben wir aber alles, bei uns ist alles hierarchisch organisiert. Das meiste in Deutschland ist hierarchisch organisiert. Und wir haben keine Führungskräfte oder immer weniger Führungskräfte da drin. Ist eh die Frage, wie das wird. Hierarchie ohne Führung geht gar nicht. Also da müssen wir uns sowas einfallen lassen. Brauchen wir auch andere Möglichkeiten. Aber was immer, was prinzipiell ja einfach gut ist, wenn man den anderen so achtet, wie er ist. Auch in diesem Zustand. Weil der Zustand, der physiologische Zustand deines Nervensystems ist immer richtig. Wenn du jetzt da sitzt und es ist dir vorher was, was irgendwas passiert und du bist da total aufgeregt. Weil was, was irgendwas. Weil du halt was, was irgendwas, wenn du echt total auf bist in diesem Sympathikusmodus, dann stimmt doch das. Dann bin ich der Letzte, der sagt, der Zerbine reißt dich halt einmal zusammen. Ja eben, dann sagst du, das geht ja gar nicht. Das heißt, auch bei den Kindern in der Schule oder in der Kita oder zu Hause, der Zustand stimmt doch. Also das ist einmal das Erste. Deswegen gilt es ja darum, Menschen als Persönlichkeit zu achten, weil ja der Zustand, in dem das Kind in diesem Moment ist, in dem ich den Klassenraum betrete, in diesem Moment ist er, wo ich in die Kita-Gruppe gehe, in diesem Moment ist er, wo es da bei der Türe reingeht, der stimmt. Das ist der richtige Zustand. Und wenn ich jetzt da ins Bewerten gehe, weil ich einfach sage, das passt mir jetzt gar nicht, weil warum auch immer. Das macht es halt dann so schwer, dass man sagt, oh ja, bin ich scheinbar nicht richtig. Und wenn ich aber gerade in einem sympathischen Zustand bin, passiert es halt, dann wirst du angegriffen. Oder die Kinder handelt sich dann und sagen, nein, kann man sowieso nichts machen. Oder was weiß ich, was weiß ich. Weil der Zustand stimmt. Also das, was mir dann bleibt, ist eben die Achtung dieses Zustandes, weil er stimmt ja. Und dann eben, kennst du deine Kinder oder in der Schule, eine Regulation, eine Co-Regulation anzubieten. Aber erst die Achtung, weil er stimmt, der Zustand, wir können Gott sei Dank da innerhalb dieses Systems nicht eingreifen. Wir können ja, wenn der Sympathus läuft, läuft er. Gott sei Dank, wir können ja nicht mitten unterm Fliehen aufhören, mitten unterm Angreifen aufhören, weil wir nicht weit kommen als Menschen, sondern erst, wenn sich die Situation verändert, kennst du vielleicht aus deiner Beziehung, wenn Streit ist und jemand geht raus, dann verändert sich ja die Situation. Dann ist die Möglichkeit, was anderes zu machen. Sobald du immer beieinander bleibst, geht es nicht. Es muss sich die Situation verändern, dann kann man in eine Regulation gehen. Aber wenn man beieinander bleibt, geht es nicht. Also man muss schauen, dass sich die Situation verändert, damit sich das Nervensystem wieder irgendwie, regulieren kann, das ist selbst organisiert. Das ist fast deswegen auch autonom, können wir nicht. Macht das alles von selber. Autonom, ich finde, da hast du jetzt aber was gesagt, auch vorher schon, was bei der sicheren Verbindung schon mal rauskam. Und ich das Gefühl habe, das ist immer wieder so der Kernpunkt. Wenn ich jemand anderen als Persönlichkeit achten möchte oder in dieser Situation schaffen möchte, ihn so anzunehmen, wie er gerade ist, brauche ich ja als erstes, dass ich mich annehme, so wie ich bin. Auch in der Situation kann ja auch sein, dass ich merke, oh, mir geht es gerade nicht gut. Dann geht es auch erstmal darum, anzuerkennen und anzunehmen, dass es mir vielleicht gerade nicht gut geht oder dass ich vielleicht das, was ich möchte, gar nicht kann. Also dieses bei sich anfangen scheint mir so das absolut Zentralste zu sein, wo es immer wieder drauf hinläuft, dass ich überhaupt auch für andere Co-Regulationen machen kann oder sichere Verbindungen herstellen kann. Genau, das ist das. Es geht bei dir los. Deswegen bist du der Mittelpunkt, ja. Also wenn du es nicht schaffst, wenn du es nicht schaffst. Und es ist dann auch ganz wichtig, es auch zu kommunizieren. So innerhalb der Familie einfach zu sagen, Leute, mir geht es halt nicht gut. Also mit mir ist es halt nicht, ich kann halt einfach, ich habe einen schlechten Tag, ist ja kein Problem. Und das ist das, was ich gelernt habe, wenn Lehrkräfte das tun, dass sie dann eingehen in die Klasse und sagen, so die Kinder, ich habe halt echt einen schlechten Tag, ist okay. Dann versucht wirklich die Klasse, diese Lehrkraft zu korregulieren. Das ist so interessant, dass man einfach authentisch ist. Sobald ich aber spielen will, also mir geht es halt einfach nicht gut, weil was weiß ich, 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 was weiß ich. Aber in einer Rolle, in der Rolle kriege ich die Kinder nicht. Und da gibt es sicher welche, die das wiederum triggert und die dann in die Gefahr kommen. Und dann habe ich ganz, ganz viele Unterrichtsstörungen, weil ich bin nicht echt. In dem Moment, wo ich aber reingehe und bin echt und sage, es geht nicht, dann ist das echt so, dass mir Lehrkräfte erzählen, dass die Kinder unter anderem sind und sagen, pst, die Frau Mayer, die ist halt nicht gut aufgelöst als Staat. Also dass die untereinander drauf achten. Und das ist dann ja für manche so nett, dass sie das wieder korreguliert, weil die wirkern auch die Klasse, schaut auf mich. Also das ist das und da, und es gibt einfach wirklich auch nicht schöne Erlebnisse, wo dann, die halt passiert sind, gerade Trauergeschichten, wo dann die Lehrkräfte reingehen und Klassen vorfinden, wo die sagen, es gibt es gar nicht, wie großartig die Kinder sind. Weil die einfach nur gesagt haben, es geht mir nicht gut. Es ist was passiert, du musst das ja gar nicht thematisieren. Aber dann fühlen sie die ja wieder ernst genommen. Aber es gibt ja welche, die sagen, sie sind mir das nicht wert, dass man uns das sagt, dass man das auch sagt. Sondern die Kinder ohne Filter spüren ja sofort, dass du eine Rolle spielst. Deswegen bist du einfach der Mittelpunkt. Die Artgäbenschule beginnt bei dir, bei deinem Selbst, bei dir selbst. Das ist eigentlich der ganze Witz, wenn du es kannst, mit dir in Verbindung zu sein. Und deswegen brauche ich diese Tests. Um das zu sehen, das Bewusste kann man ja immer sagen, aber ich brauche das Unbewusste, um zu schauen, was schmeißt man denn eigentlich, weil du sagst, wie komme ich in meine Kraft? Also dann, ich bin raus. Also wie komme ich wieder in meine Kraft, um zu wissen, was sind meine Trigger? Wo ist was? Und wo habe ich Zugänge zu mir? Was kann ich dann einfach nutzen? Und man kann sich dann bei mir in diesen Seminartagen, die ich da gebaut habe, eben eine Haltung bauen, dass man sagt, ich habe eine Thematik und mit der komme ich nicht weiter. Weil jetzt mal, wenn ich an diesen Punkt komme, Beispiel, ich habe so eine Lehrkraft gehabt, die komplett souverän ist, aber bei Elternabende ihr Programm vorzustellen, ist die drei Wochen davor schon krank gewesen. Ich habe gesagt, jetzt muss ich da von Eltern sprechen. eine souveräne Lehrerin, aber mit Eltern hat die irgendwas gehabt. Es hat einfach nicht funktioniert. Also brauche ich als Lehrkraft eine andere Haltung. Ich brauche eine andere Haltung. Und diese Haltung kann man sich mal nennen, das Bauen ja entwickeln mit dem Zürcher Ressourcenmodell ZRM. Da geht das ganz gut so in meiner Fassung, das zu bauen. Und dann ist das das Schöne, wenn ich merke, ich kann das. Ich kann da eine neue Haltung machen und es funktioniert, dann gewinne ich Vertrauen in mich selber. und merke, oh, ich kann sogar mit so einem Thema umgehen. Und dann merke ich auch, Wachstum ist möglich. Das ist aber wiederum nur möglich, und da sind wir wieder ganz am Anfang, wenn ich es selber spüre. Und das ist eigentlich was, was jetzt in meiner Arbeit, und ich arbeite ja als Coach, einfach viel zu oft habe, eine Teste, dass sie die Menschen nicht spüren. Vor allem unbewusst keine Zugänge mehr haben zu sich, sondern einfach irgendetwas machen. Und gerade in der letzten Zeit hat er die Angst zur Zeug genommen. In allem wird er über Angst gesät. Und Angst bringt er einfach weg von dir selber. Und dann brauche ich das, was du gefragt hast, nämlich, wie komme ich in meine Kraft? Und da gibt es eben Menschen, die haben da gar keine Ideen mehr. Sonst wäre das ja auch nicht deine Frage, um da Lösungen anzubieten, weil es viel zu viele gibt, die aus der Kraft raus sind. Oder ich weiß selber, wir fliegen auch und aus unserer Kraft raus. Logisch, wir sind ja Menschen, aber halt nicht dauerhaft. Und über einen längeren Zeitraum in so einem Stress, in so einer Angst, in so einem Zustand, in so einem Sympathikuszustand zu leben, macht einfach krank. Und die Psychoneuroimmunologie weiß das, und Christian Schubert weiß das ja ganz genau noch, wo es mit mir hingeht. Weil Stress macht richtig krank mit der Zeit. Und diese ganzen Burnoutkisten, da brauchen wir ja nicht reden. Deswegen ist es so wichtig, sehen wir wieder, ja, mit dem Gesicht. Also es ist ja einfach zu spüren, sich Zeit zu nehmen, zu schauen, Stopp, wo bin ich gerade? Bin ich noch bei mir? Dann sind wir wieder beim Atmen. Der Atem ist das, was ich hab. Der Atem ist das, was ich hab. Der ist immer bei uns. Genau, der verbindet mich mit mir. Und je nachdem, was du drauflegst auf deinen Atem, dass du sagst, okay, wenn ich atme, dann weiß ich das, ich hab so eine gute Möglichkeit, meine kleine Schwester, wenn die in Gespräche ist, wenn es da um größere Aufträge geht, die hat ein großes Fotostudio, die ist da in Gespräche, die hat sich auf ihrer Uhr eingestellt, dass das nach zehn Minuten einen Impuls auf ihr Handgelenk gibt. Und das heißt für sie, sie achtet auf ihren Atem in dem Moment. Und dann merkt sie, wenn sie nur bis dahin atmet, dann stimmt gerade was nicht. Dann geht sie raus, ja, geht auf die Toilette, regeneriert sie wieder, ja, über Atemtechnik, kommt zurück, und das Gespräch verändert sich. Und deswegen hat sie das eingestellt, weil sie gemerkt hat, dass das geht. Und das finde ich großartig. Spannend. Das zu tun, einen Hinweis sich selber zu geben und zu schauen, ja, mein lieber Atem, wo bin ich denn gerade? Weil das weißt du ja selber, wenn du in so Gespräche und du bist verstrickt und bist mittendrin, du weißt überhaupt nicht auf und dabei bist du weg von dir. Und das bringt dir einfach diese ganz einfache Möglichkeit, die einfach zu dir selber zu bringen, auch in der Achtsamkeit, deswegen gibt es ja so viele Achtsamkeitsübungen, in der Achtsamkeit zu bringen, zu schauen, Moment mal, wie atme ich denn eigentlich gerade? Bin ich bei mir? Habe ich diese tiefe Atmung? Bin ich damit in Verbindung mit dem anderen oder sind wir gerade beide sonst wo? Ja. Und deswegen geht es wieder zurück auf dich selber. Das ist so eine Möglichkeit auch. Und dafür muss ich ganz frei sein, was man da macht. Also sobald man da sagt, ja, es geht nur mit der Methode, nur mit der Übung, das ist ganz furchtbar, weil das machst du gleich schon wieder Stress. Dann sage ich, du musst das anwenden, dann wenden die Leute so, dann geht es natürlich nicht, weil ich wende das unter Druck an, so habe ich gesagt, bei mir geht es wieder nicht. Also das ist eigentlich so das Schwierige, sondern jeder soll schauen, das ist das, wenn ich meine Seminare, diese Atemtechnik mache, die meine ist, sage ich mir, das ist meine. Und es gibt halt etliche, die sagen, oh ja, das ist großartig, und etliche, die sagen, no, das ist nicht meine, ich suche mir selber eine. Und dann bin ich mir dabei, dass ich mir denke, du sollst immer selber spüren. Die Problematik ist nur, wenn es dich nicht spürt, laufst du von A nach B nach C nach D und suchst und ich kann dir erzählen, was ich mag und es nutzt nichts, weil du das mit dir nicht abstimmen kannst. Ja, ist schon krass, gell? Ja, und wir verlieren uns so schnell und Angst schiebt dann so schnell raus aus unserer Kraft. Aus unserer Kraft. Und da finde ich es aber auch so wertvoll, wenn man selber ein Gespür dafür kriegt, dass man sich selbstbewusst in seiner Kraft erlebt, dass man einen Referenzpunkt hat, dass man weiß, boah, so fühlt es sich an, wenn ich in meiner Kraft bin. Und wenn man dann in diesem Wachstumsprozess das öfters mal erlebt hat, rauszufliegen, wie das ist, das zu merken, zu erkennen, den Weg wieder rein, dann kriegt man ja auch Übung da drin mit der Zeit, dass man merkt, oder dass ich merke, wo stehe ich denn gerade? Bin ich in meiner Kraft? Bin ich gerade dabei rauszufliegen? Bin ich komplett draußen? Mich immerhin zu erinnern, Moment, es gibt doch einen anderen Zustand, wo es mir gut geht. Ich spüre mich gerade nicht und sich zu erinnern, welche Möglichkeiten ich habe, wieder reinzukommen. Wo ich denke, wenn man mal damit anfängt, ist das auch ein, es braucht doch für viele, glaube ich, erst da einen Anfang, um ein Gespür dafür zu kriegen, auch für die zwei Zustände. Ja, und da musst du immer wieder spüren, und zwar den zweiten Zustand auch auszuhalten, nicht in der Kraft zu sein. Und dann sind wir wieder beim Umgang mit Misserfolg. Und bei den Menschen, die sagen, oh nein, das mache ich nicht, ich gehe nicht rein. Ich habe keine Lust drauf, von mir weg zu, das mache ich nicht. Das halte ich nicht aus, weil ich Angst habe, ich komme nicht mehr raus. Also deswegen ist es so wichtig, wieder in die Angst zu gehen, aus der Kraft raus zu gehen, zu sagen, oh boah, aber so spürt sich das auch gerade. Und da ist es aber wirklich sehr wertvoll, wenn man jemanden hat. Es ist ja wurscht, es gibt ja viele Möglichkeiten, aber live jemanden hat, wenn man jemanden hat, der einfach den Hinweis gibt und sagt, du Sabine, ich wollte es dir nur sagen, deine Stimmung, was ist gerade mit dir? Ja, also da einen Hinweis zu kriegen, zu sagen, okay, jetzt schau ich mal. Und eben so Momente, wo das nicht geht, hat eben meine kleine Schwester die Idee mit dieser Uhr gehabt, eine Erinnerung zu kriegen, weil die ist ja dann, wenn es, und sie hat ja gesagt, das ist ja öfter schon passiert, rausgeflogen aus ihrer Kraft und hat es aber nicht gemerkt. Es ist halt durch irgendwelche Sätze, Wörter, was der andere gesagt hat, man weiß halt, einfach schwierig ist und wenn es um Geld geht und Auftrag geht, einfach rausgeflogen und kriegt da wieder die Erinnerung und merkt es dann und denkt sich, oh ja, das ist das, weil die Thematik ist, wenn du raus bist, bist du ja nicht mehr im Spüren. Genau, das ist das, was ich vorhin meinte, wenn man rausfliegt, merkt man es am Anfang ja oft nicht. Man merkt es, wenn man dann ganz draußen ist, dann merkt man es irgendwann, weil es drumherum vielleicht Konflikte gibt oder sonst irgendwas oder man merkt es einfach. Aber wenn man gerade am rausfliegen ist, kriegt man es manchmal noch nicht mit. Nein, genau. Die schätzt es raus und du bist ja so in deinem Ding drin, dass du genau... Tun, machen, machen, machen. Und du hast ja recht und es stimmt ja alles oder alles was und was was übersäuert sind oder du bist wirklich so viel am Teil, weil es so viel ist, dass du es gar nicht merkst, dass du dich selber verlierst. Deswegen sind ja diese ganzen Achtsamkeitsübungen so wertvoll, in der Achtsamkeit zu bleiben. Was aber immer nicht geht, weil wir haben einfach Trigger, haben wir halt einfach, Gott sei Dank, sonst könnte man ja nicht wachsen. Genau. Aber da dieses, also das Idealste ist und ich habe für mich in meiner Arbeit, ich nenne es einfach Wächter, sich einen Wächter zu bauen, der dich erinnert, der dich darauf aufmerksam macht, dass du gerade weggehst von dir. Also sich einen zu denken, ja, also innerlich one. Und es gibt Menschen, die künstlerisch begabt sind, die meinen sich dann, nur ein Wächter, keinen Krieger, keinen der angreift, sondern nur ein Wächter, der, oder eine Wächterin, klar, die rumsitzt und sagt, lieber Sabine, merkst du es? Und das ist wertvoll und das mache ich bei mir selber und das helft für mich selber und das habe ich schon mit so vielen Leuten gemacht und das finde ich wertvoll. Gar nichts anderes da, als nur einen Hinweis zu kriegen, wir sind gerade auf dem Weg raus und ich habe dann noch so viele Menschen, die sind dann gleichzeitig auf dem Weg in ihre eigene Folterkammer rein und schrauben sie dann da nach unten und dann kommst du wohin, wo du nicht möchtest und da ist ein Wächter einfach sehr, sehr wertvoll. Einfach nur jemand, der da einen Hinweis gibt und den kannst du dir bauen, ja, ich nenne es halt einfach so, sodass du sagst, der ist da in mir und gibt mir einfach nur einen Hinweis und das geht, den Hinweis kriegst du. Du hast allerdings eine Situation, da hörst du den Hinweis. Aber sonst kann man wieder nicht lernen, kann man wieder nicht lernen. Thematik ist bei vielen nur, dass die schon so lange in diesen Situationen sind und eben nicht korreguliert sind und in Umgebungen leben, wo das so ist und dann wird es wirklich schwierig. Da will ich nicht mehr spüren zu kommen, überhaupt ein Spüren zu finden, was ist das in der Kraft zu sein? Wie fühlt sich das an? Und wenn ich bloß in einem Konzept von mir lebe, dann habe ich ja gar keine Ahnung, weil ich bin der Meinung, es passt alles. Die sagen dann zu mir, wieso, ist doch alles bestens, sage ich, genau, also so, oder das gar nicht auffällt. Also das Ideale ist wirklich, den Anfang zu finden, wo gehe ich raus. Und für das ist der Wächter zuständig, der zu dir sagt, ab 18 sei achtsam, du gehst gerade raus von dir. Und wenn es mir gelingt, dem zuzuhören, kann ich bremsen und kann eingreifen, mit wieder irgendeiner Technik, die jeder selber weiß, welche das ist. Und wegzugehen und rauszugehen und was anders zu machen und in die 18-Karte zu sagen, okay, wir kommen wieder zurück in meine Kraft. Wie gesagt, ganz weit draußen ist es schon schwierig. Dann ist es schwierig, schwieriger, es geht immer wieder alles zurück, es ist ja noch nie einer verloren gegangen. Wenn man jemanden hat, der ihm da hilft. Es gibt halt wirklich Punkte, da ist es so, dass du einen Dritten brauchst. Ja, weil es sehr, sehr, sehr schwierig ist, aus dem selber wieder rauszukommen. weil du einfach einen hast, mit dem du so in eine Verbindung gehen kannst und der dir die Verbindung anbietet und du kannst dir jemanden sagen, okay, ich falle zumindest nicht noch weiter weg. Weil man kann ja auch ganz weit runterfallen. Es gibt ja ganz tiefe Stellen, da braucht man ja gar nicht hin. Aber sobald man da jemanden hat und dann wieder das vertrauen kann ich das und zu dem anderen, dass der mit mir auch spricht, gibt es ja eben Profis, die das kennen. Es gibt ja ausgebildete Menschen, die da drin arbeiten. Wenn man sagt, ich kann das selber nicht, was soll ich denn sonst machen, dann gibt es ja Profis, es gibt ja genügend Angebote, die man dann da aufsuchen kann. Muss ja nicht immer eine große Psychotherapie oder was sein. Es gibt ja Gruppen, wo man sich anschließen kann und sagt, okay, da gehe ich einmal in der Woche hier oder was und arbeite damit und dann kriege ich Verbindungen her. Also da sind Gott sei Dank die Möglichkeiten ganz, ganz groß, dass man da was machen kann. Es ist auf jeden Fall immer, wenn es zu uns Verbindungen, sichere, persönliche Verbindungen, gehen wirklich nur in echt. Das ist übers Netz gar nicht möglich, weil die Verzögerung drauf ist. Du hast praktisch im Internet eine Verzögerung drauf und Porches und seine Leute haben das ausprobiert. Also wenn du mit jemandem in einen Austausch gehst, den du kennst, geht das, weil du weißt, wie der andere reagiert, aber wenn du mit Neuem in einen Austausch gehst und dann schickst du ja eine sichere Verbindung, die bist du, schickst du aus und selbst wenn es nicht schnell ist, hast du Verzögerungen drauf und dessen Nervensystem wartet und denkst dir, was ist, was ist, was ist, und kommst schon mal in einen unsicheren Zustand, dann reagiert der auf dein Verbindungsangebot, schickt das Druck und dein Nervensystem wartet. Und wenn dir das 45 Minuten lang immer nur im Millisekundenbereich geschieht oder wenn du eine schlechte Netzverbindung hast im Sekundenbereich, das ist sowas von anstrengend und das ist das, was mir viele Leute sagen, nach Calls, nach Live-Calls oder nach Homeschooling oder so, das sind so fix und alle nach einer Dreiviertelstunde, das ist so anstrengend, weil du immer diese Wartezeiten hast, weil dein Nervensystem, unser Nervensystem ist auf das nicht konditioniert, dass das warten muss, sondern wenn wir zwar da sitzen, wir haben ja permanent einen Austausch die ganze Zeit über unser Nervensystem, wir werden ja sofort merken, wenn was ist, aber die Verzögerung macht es aus und das merkst du am Anfang nicht, aber eben über eine Dreiviertelstunde permanent diese Verzögerung, das ist unglaublich anstrengend, und deswegen ist das Echte so wichtig, dass einfach in echt, wir sind einfach verbunden im Wesen, ich meine, wir wachsen in einer Frau auf, wir sind von Anfang an verbunden, das hilft nicht, das hilft nicht, wir wachsen nicht virtuell auf, das ist... Das stimmt, Gott sei Dank noch nicht. Wer weiß. Na hoffentlich nicht. hoffentlich nicht, also das ist das, wir sind einfach Verbindungen gewohnt, so entsteht unser Leben, also Verbindung von Eizelt und Samenzelt, so entsteht unser Leben, Verbindungen sind für uns, wir leben von dem und wir brauchen diese Verbindungen, ob wir wollen oder nicht, ich sage immer, der Mensch braucht den Menschen, es hilft nicht, es hilft nicht und selbst wenn ich glaube, ich kann alles sehr lieben, passieren darf nichts, weil ich kann auch so flach durchs Leben gehen, das kann ich auch, aber dann weiß ich es immer nicht und es fehlt ja auch der Spaß und die Entwicklung und die Möglichkeiten. Genau, der alles bittet, weil es ist ja da, es ist ja alles Fülle, es ist ja so viel da, es ist ja so viel möglich und wenn es das nicht nutzt, aber man entscheidet ja jeder selber, es sind ja lauter große Menschen, man kann sich selber entscheiden, was du machst. Genau. Herzlichen Dank, Stefan. Ja, danke auch. Super, kann man nur den Leuten sagen, ihr habt die Entscheidung. Genau, was machst? Was machst? Genau. Möchtest du noch was mitgeben, was dir wichtig ist, wo du das Gefühl hast, das braucht es noch zum Rundmachen? Ja, ich möchte schon noch mitgeben, auch wegen dir, weil du das machst, weil ich das enorm wichtig finde, sowas zu machen, um Hinweise zu geben, weil wir sind einfach als Menschen ganz viel auf Methoden aus, ja, wie geht was, wie geht was, wie geht was, was kannst du mir was sagen, sag doch einmal du und kannst mir nicht ein Buch empfehlen oder irgendwas machen. Wir haben das halt gern so, dass uns da jemand was gibt und dann sowas anzubieten, finde ich sehr wertvoll, dass du das machst, nicht wegen dem, weil ich jetzt da da sitze und dass ich dir da Honig um den Mund schmier, sondern weil ich das wichtig finde. Sowas zu zeigen, damit wir, das haben wir geredet, dass im Endeffekt immer du selber derjenige bist, der es einfach wert sein sollte, weil für das sind wir da. Wir sind einfach enorm wertvoll, wir sind so gedacht, Leben ist Fülle und wir sind so gedacht und deswegen ist das auch wichtig, dass man sich wertvoll fühlt, weil dann kann ich wertvoll sein, weitergeben, ich nenne das wie ich mir, so ich dir, wenn ich mich wertvoll fühle, kann ich dich als wertvoll empfinden und das ist einfach für mich das A und O von allem. Dankeschön. Dankeschön für deine Geschenke. Danke auch. Dankeschön.